Beis, hier geblieben. Ja. Da. Oh, wir sind. Auf der Crafting Bench. Wir sind beide Full Titan. Ja gut. Soll, willst du es gleich enchanten? Ja klar, stell mal. Okay. Ja, warte, dann muss ich wieder mein Backpacki aufmachen. Du Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Titan und wir gehen auf den Server. Ja, alles klar, mein Weiß. So, wir müssen aufpassen, weil wir haben das, also ich glaube, wir werden eventuell gesnipet, aber es sieht nicht so aus. Nee, Neatherwarzen sind natürlich nicht gewachsen. Hä? Warum regenerieren jetzt? Achso, wenn man joint. Ja, dann regenerieren die Herzen erstmal. Okay, interessant, gut zu wissen. So, die Neatherwarzen sind nicht gewachsen. Das heißt jetzt einfach stupide Stripmine und hoffen, dass die Wechs immer im Chunk bleiben, einer mindestens, damit die schön. Dann, warte, in welchem Griff liegt? Ich habe schon wieder diesen Dropbug, glaube ich. Warte mal kurz. Wir dürfen nicht in diese Richtung, da. Wir dürfen nicht in die Richtung von der Neatherwarze Stripmine. Und am besten auch nicht nach links, weil dann kommen wir zurück. Am besten einfach nach rechts, okay? Okay. So, ich gehe langsam out of Essen. Ja, doch, na, na, habe ich schon. Also viele haben uns geschrieben, wir sollen uns Bags machen. Ja. Wir werden uns auch Bags machen, wir haben es kapiert. Magst du vielleicht Bags jetzt machen und ich Stripmine weiter? Weil dann geben wir vielleicht diese Folge Full Titan und dann wollen wir eigentlich... Oh, die Neatherwarze ist ein bisschen gewachsen. Perfekt. Wir wollen eigentlich, wenn wir Full Titan jetzt sind, ähm... Raus. Raus. Also ein bisschen Titan noch mitnehmen, damit wir unsere Schwerter verbessern können. Aber an sich wollen wir raus da. So. Ähm, also wir machen wir uns ein... Also für Medium Backpack brauchen wir Leder und Wolle. Hast du Wolle? Äh, guck mal. Wir brauchen in jedem Fall... Ich habe nämlich damals noch Wolle weggeschmissen. Oh! Okay. Weiß ist so, der hat alles dabei. Machen wir uns Medium Backpack, oder? Weil Leder haben wir genug und Eisen haben wir auch genug. Weil das Gold würde ich ungern für so ein Gold verschwenden wollen. Ja, ja, genau. Wollte ich gerade sagen, das ist Verschwendung. Mache ich so zwei Stück von denen? Ja, ja. Ich habe noch ein kleines... Ähm, was ich nochmal sagen wollte, das wird zwar... Versch... Ne, Versprecher. Das wird wahrscheinlich nicht mehr aktuell sein, wenn die Folge kommt. Aber ich und Domse haben uns köstlich auf Twitter amüsiert. Also insbesondere ich. Also, ähm... Ich habe gerade eben nochmal lustig, weil das erste Kommentar war, was geschrieben war, war wieder eins. Ich kann mal zitieren. Ähm... Ich lese es kurz vor. Ähm... So, eine Sekunde. Das lädt. Kleiner Bastard, ich hasse dich. Wie kann man so dreist sein, einen einfach als Hacker zu beleidigen? Opferkiddy, dass er nicht zocken kann. Ja, das war einer, äh, auch ein tolles Kommentar. Dann bist du Bescheid, Leute. Ähm, wer es nicht mitbekommen hat, das war so. Ähm, Veni hat, ähm, gewitzelt in seiner Folge. Ja, weil er Titan... Sneaken. Gut, kleines Kiddy. Oh Gott. Ist voll das kleine Bastard-Kiddy. Oh Gott. Oh Gott. Okay, beruhig dich. Also Team 3 ist gerade gejoint. Fuck, ey. Warte, ich will nur kurz nach Namensschildern auch. Ich dachte eben schon, Veni und Tobi sind ganz schön. Hä, die können uns doch nicht nachjoinen. Wir haben doch voraufgenommen, du Depp. Die können doch gar nicht wissen, dass wir hier sind. Ja, aber vielleicht sind sie in der Gegend mit unseren Namensschildern. Auf jeden Fall... Weil es kann sein, dass wir unsere Namensschilder... Ich wollte die Geschichten erzählen. Namensschilder. Geschichte erzählen. Namensschilder. Also, ähm, auf jeden Fall, ähm, hat das, äh, wenige Witze in seiner Folge drüber. Und dann haben wir aus Spaß und Skype hab ich halt geschrieben, so einen ernsteren Text, halt, dass er rausfliegen würde aus Titan. Das hat er da just von auch auf Twitter geschrieben. Und ich hab darauf noch ernst geantwortet. Und dann ist einfach alles eskaliert. Also, ich hab richtig, ich würd übelst beleidigt in den Kommentaren überall. Hab richtige Dislikes auf meine, ähm, Videos bekommen und auch auf Twitter total gehatet. War ein paar, ein Domse und mein Favorit war, jemand hat einen WhatsApp-Verlauf von irgendeiner Gruppe gepostet, wo ich so gehatet wurde. Nein, das war einfach diese Prinzessin. Das war keine Gruppe. Das war Prinzessin und eher Chat-Verlauf oder so. Ach so, ich, war das nicht eine Gruppe sogar? Keine Ahnung. Oder auf jeden Fall irgendein WhatsApp-Verlauf. Der war auf jeden Fall amüsant. Und dann ging der Hashtag, der Abo weiß. Die hatte voll das gephotoshoppte Profilbild. Das war niemals die. Wer sieht so aus, Alter? Wer sieht freiwillig so aus, ey? Ich hab da nichts gesehen. Voll gefakt. Mann. Du musst dir mal die Bilder von den Bitches auf Twitter anschauen, weil sonst kriegst du nie einen ab. Ja. So sieht's hier aus. Also so Twitter. Ja, Mann. Bitches. Also das ist echt, ähm, es war herrlich. Die waren die Besten. Also, das heißt, ihr wisst, wer auf Twitter-Bitches steht. Also an alle Twitter-Bitches hier geht's zu Domse. Ja, ich heiße euch herzlichst Willkommen. Ich freu mich schon auf euch. Ähm, ja. Mit mir wird's nie langweilig, weil ich bin YouTuber und hab YouTube-Money. Und er ist Fame und hat das Geld. Genau. Ich bin Fame, hab das Geld und hab YouTube-Fame-Money. So sieht's aus hier, Leute. Ja, aber echt, ich hab, ähm, so ich hab... Jetzt läuft's aber grad nicht mehr hier beim Meinen. Find gar nichts. Also ohne Witz, du bräuchst es nur 14 Spawn. Warst du da? Hast du dich gerade kurz ensneakt? Ja. Ensneakt dich doch mal kurz. Okay, das bist du. Gut. Ich hab irgend so ein Höhlensystem hier gefunden. Ähm, ich hab einfach mal Spawn geschrieben, ne? Ja, ich hab neben dir geschrieben. So. Äh, du hast... Ich hab noch 6 Gold zum Schnellzen. Aber du hast schon ein Backpack, richtig? Ähm, ja, aber nur ein kleines. Also ich hätte gern noch ein mittleres. Okay. Ich hab Gold gefunden. Ähm, kann's sein, dass die auch am Spawn sind? Ja, das wär lustig. Also auch am Spawn? Auch am Spawn. Auch am Spawn. So. Titan. Echt? Wie viel? Weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich wenig. Nee, 8. Ähm, auf welcher Höhe am besten? So 10, 11, ne? 10, 11, genau. Jetzt hab ich sogar höher gefunden. Ich glaub 17 oder so. Okay. Aber so, ich hab Gold, Titan. Das müssen wir alles gleich schon einschmelzen. Meinen die das ernst? Die meinen das ernst, oder? Die sind echt am Spawn. Wenn die da wirklich wären, dann bräuchten wir uns echt keine Sorgen zu machen. Aber ich sneak mich trotzdem hauptsächlich mal. Oh, ich sneak mich, als ob ich mich sneak. Ich sneak mich nur, damit ich nicht runterfalle oder so. Okay. Hab ich hier Lapis? Hab ich so einen kleinen Lavasee, da ist immer recht gut so ein... Hast du ne Ahnung, wie groß der Chunk ist oder so? Nicht, dass wir uns da jetzt... Keine Ahnung, bleib mal du in der Nähe. Ich entferne mich ein bisschen, okay? Ja, wie gesagt, ich darf halt nur in die eine Richtung stripmeinen, sonst stripmeine ich wieder zu unserem alten Gang zurück. Weil die Folge, wo wir unsere Koordinaten gezeigt hatten, die ist schon jetzt online. Genau. Also heute schon. Deshalb mach ich mir auch grad ein bisschen sauer. Nicht, dass die alte Ärzte laufen. Also Leute, wie gesagt, schiebt nicht so viel Panik, wenn wir Koordinaten nicht zeigen. Wir fortproduzieren dann immer. Also wir würden niemals... Also wir würden auch echt nicht in den Kommentaren uns so Tipp schreiben, wie baut doch alles ab, wenn ihr vom Server Disconnected und legt es ins Safe Inventory. Wir machen das immer, wenn wir eine Session zu Ende haben an einem Tag sozusagen. So, und ich hab mich übrigens informiert über die Näheverwaze. Das heißt, ihr braucht jetzt auch keine Tipps zu schreiben. Die kann man, das kann man hier unter Tage leider überhaupt nicht bestäuligen. Also die hat vier Stufen Wachszeit. Die Stufe 2 und 3 unterscheiden sich nicht voneinander. Und die Stufe 4 ist halt dann ganz groß, ist logisch. Und eine Stufe dauert ungefähr 3 Minuten und 30 Sekunden, durchschnittlich. Das heißt, wenn wir Pech haben, dauert es länger als 15 Minuten. Wir müssen die trotzdem hier lassen. Wenn wir Glück haben, ist am Ende der Folge fertig gewachsen. Gewachsen. Gewachsen, das wäre natürlich sehr schön. Ich komm mal zurück, dann gebe ich dir kurz das Titan und das Gold, damit es in den Deal offen kann, okay? Wie viel Titan ist das jetzt? Acht. Acht. Wie viel Dias haben wir? Dias brauchen wir gar nicht. Wir brauchen gar keinen Titan-Inget mehr, Weiß. Das muss nicht, das geben wir auch nicht in den Dia offen. Wir geben das Titan erst in den Dia offen, wenn wir es wirklich brauchen. Wenn wir wirklich die Ingets brauchen. Ich habe ja noch einen Inget. Das heißt, ich kann jetzt auch endlich deinen Titan-Helm machen. Nee, ich habe einen Inget und Inget brauchen wir nicht. Ich mache jetzt den Titan-Helm, bleib gerade hier. Aber steck das Gold ganz schön rein, weil das sind 24 Gold. Mach ich. Ja, Weiß. Bleib. Weißt, du bist doch in der Stadt. Die haben unsere Videos gesehen, okay. Die wollen dir jetzt Angst machen. 100 Pro wollen die dir jetzt Angst machen, ey. Ohne Witz. Diese, diese Lutschers. Warte mal ganz kurz. Ich droppe dir noch die Äpfel und mein Gold. Du kannst gerne dann damit. Soll ich Warte auf dir? Okay. Ich habe noch Redstone. Ich weiß nicht, was ich... Weiß. Hier geblieben. Ja. Da. Auf der Crafting-Bench. Wir sind beide Full-Titan. Ja, gut. Willst du das gleich enchanten? Ja, klar. Stell mal. Okay. Ja, warte. Dann muss ich wieder mein Backpacki aufmachen. Dann werde ich schon mal Bogen hochstacken, soweit es geht. Ja. Dann liegt da der Enchanter. Boah, ich habe echt Strings weggeworfen. Das regt mich echt auf. Das war dämlich. Ich habe dir doch sogar die Hälfte davon gegeben. Oder so. Von meinem. So. So, da ist der Dingens. Guck mal. Aua. Dann mache ich jetzt noch ganz... Normale Goldäpfel können wir ja nur machen. Von daher. Jo, passt. So. Ähm. Kannst du mal ganz kurz den Anvil aufstellen? Einen Anvil? Mhm. Habe ich den? Ja, ich habe den auch. So, ich halte ein bisschen auch schon nach Namensschildern, während du da craftest. Hast du noch Strings zufällig? Weil dann kann ich den Power 2 machen. Nee, nee. Ich habe dir alles von mir gegeben, glaube ich. Alle meine Strings hatte ich dir gegeben. Ähm. Gut. Dann mache ich jetzt kurz den Helm. Ja, dann hast du jetzt nur du einen Bogen. Ja, also ich habe jetzt momentan noch gar keinen. Oh. Äh. Guck mal hier. Dann habe ich das hier für dich. Warte. Natürlich ist das ein Crafting-Table. Äh. Und dann habe ich einen goldenen Apfel für mich. Dankeschön. Mein Bogen. Und ich habe überhaupt null Pfeile. Ah, Protection 2 auf den Helm. Das ist natürlich schön. Ähm. Sind die alle? Nee, die sind auch nicht. Also wenn du Pfeile hättest, wäre es ganz schön. So ein, zwei Stück vielleicht. Damit ich meinen Bogen... Fire Protection, Unbreaking und Deathstrider. Das brauche ich auch keine Sau. Das braucht echt... Cool. Immerhin Unbreaking 2 bringen mir. Jetzt war gar nichts. Aber... Wobei ist sie? Hier. Hast du... Hier. Pfeile. Ein Backpack brauche ich noch. Pfeile. Ich habe elf Stück. Aber ich kann jetzt einige Craft... Oh, ich kann richtig viele Pfeile craften. Das ist doch schön. Hast du noch Holz? Mhm. Wenig. Ja, warte mal. Meins reicht aber. Meins reicht. Ich habe jetzt fünf. Okay, warte. Nee, warte. Ich möchte mein Holz gerne selber behalten, weil ich habe nur noch das... Ja, meins sollte aber reichen. Okay, das ist... Ich mache jetzt... So, jetzt haben wir wieder einen Stackpfeiler. Sehr. Alter, geil. Ja, ich habe schön gesammelt die ganze Zeit. Dann gib mir so zehn, so zehn, fünfzehn Stück. Du schießt ja eh mehr und präziser als ich. Oh, die ist wieder... Okay, und in dem Stadium noch nicht abbauen. Das war der Fehler. Aber ich habe jetzt sieben, dreißig, du hast sieben, zwanzig. Also, oder... Ich weiß nicht. Ich gebe dir echt ein bisschen mehr. Okay, im Ernst. Ich gebe dir... Eigentlich würde es Sinn machen, sogar fast, wenn wir jetzt die Höhle verlassen würden. Das einzige Problem ist, was mich intensiv stört... Die Neta-Watze. Die Neta-Watze. Und zweitens, ähm... Unser Schwert würde dann bei Sharpness 2 erstmal verbleiben. Und das ist so ein bisschen... Mh... Heißt, wir brauchen jetzt aber trotzdem Dias. Einfach nur... Ja, weißt, du hast übrigens alle Pfeile aufgesammelt, weil das bei mir ein Bug war. Ich habe zwar Rechtsklick gedrückt, aber ich habe einfach alle gedroppt, weil das scheiße ist. 4,15. Danke sehr. 5 Minuten, dann Strip-Mine, Strip-Mine. Ja, dann Strip-Mine ich. Und ich hoffe, alter, ohne Witz, dann wird die Neta-Watze, wenn wir die erst morgen abbauen können. Aber wir müssen dann morgen definitiv hier raus. Sonst haben wir echt ein Problem. Jaja, wir müssen dann raus. Wir gehen noch an die Oberfläche. Die ist noch nicht fertig. Also, Strip-Mine jetzt, was du noch kannst, die 5 Minuten. Wir müssen Dias und Titan noch finden. Wie viele Titan und Dias haben wir momentan akut? Ähm... Hä? Also, wir haben jetzt 3 Titan-Crystal und 0 Ingot. Wenn du jetzt darauf hinaus willst, dass wir uns Schwerter machen müssen... Weil... Wie viel Leder hast du? Äh, 11. Dann mach ein paar Bücher, solange. Hast du Zuckerrohr? Oh, ne Witz? Ja, mach, dann kümmere dich darum. Ja, dann machst du jetzt Bücher und entscheidest die Bücher durch. Ja, warte. Und dann guck einfach mal, was draufkommt. Okay. Ich sortiere gerade nur mein Inventar. Ich finde das mega verwirrend mit den Backpacks. Oh, ne Scheiße. Helf allein, arbeite. So. Ja, weiß, ich arbeite auch. Aber... Ja, also wie gesagt, dann würde ich einfach sagen, dass es hier wahrscheinlich die vorletzte Folge sein wird, wo wir meinen gehen. Danach haben wir einfach kein Interesse mehr dran, würde ich ja. Das stimmt, ja. Das ist sehr gut. Ist die jetzt schon fertig? Die ist immer noch nicht fertig, oder? Die sieht so fertig aus, aber wenn ich die abbaue, werde ich das bereuen. Ne, ne, baue nicht ab. Ich baue noch nicht ab. Wir bauen erst ganz am Schluss ab. Oder wir bleiben da. Nächste Folge müssen wir da eh weg. Nächste Folge, Anfang nächster Folge, werde ich... Loi, mehr als achten, aber. What the fuck, geil. Also wir wollen uns nochmal zwei Titans-Schwerter machen, wenn ich das richtig verstehe, und die dann zusammenfügen in einem Amboss. Nachdem wir die enchantet haben, weißt du? Mehr sogar, wenn es geht. Mehr sogar, wenn es geht. Erstmal die Bücher, wir brauchen auch dringend Fire Aspect eigentlich auf das Schwert, weil das einfach nur sick ist. Ja, Fire Aspect wäre nice. Einfach die Bücher, enchant die Bücher durch und dann... Weil Any Art hat auch ein Fire Aspect-Schwert. Ja, das hatte ich gesehen. Any Art, also Fire Aspect kann ich aus Ware bezeugen, ist einfach so krass. Wobei wir das Glück haben, dass wir echt eine Potion haben. Ja, aber nur zum Trinken eine, ja. Ja gut, aber für einen von uns wäre das schon mal ganz sick. Ja, das ist schon mal ganz nett. Ähm, du kannst auch schon mal... Ne, Potions kannst du ja gar nicht machen, wir haben kein Nether-Was. Kann ich noch nicht, wir brauchen... Dann mach aber Bücher. Ich strip meine gerade noch ein bisschen. Bücher kann ich auch in der Oberfläche machen, weißt du? Ähm... Die sieht so fertig aus, aber sie ist noch nicht fertig, wette ich mit. So verlockend, die jetzt einfach abzubauen, ne? Das glaubst du gar nicht. Ich müsste mal Default... Ich müsste mal Default-Texture-Pick reinmachen, dann kann ich völlig besser beurteilen. Alle beschweren sich mal noch bei mir, dass ich Default habe, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, weil so PvP-Projekte nutze ich meistens Default. Hä, die sieht, ohne Witz, die sieht in Default voll fertig aus. Die sieht richtig fertig aus, die Meta-Watze. Ich guck jetzt gleich mal. Aber noch nicht abbauen, ich such jetzt ein Bild in Google. Ja, such mal ein Bild in Google-Kurs. Bald kommt auch, du hast in einer Minute geklickt, würde ich tippen. Meta-Watze. Videos, Bilder. From Store, Gelöfte, Game. Die Löften, okay, das ist gut. Nee, die ist nicht fertig, oder? Ich weiß es nicht. Sieht noch nicht so hundertprozentig fertig aus, ne? Es fehlt noch so, es fehlt das gewisse Etwas. Es fehlt das gewisse Etwas. Ich glaube, wenn die fertig ist, dann sind diese kleinen Knospen auch weiter oben. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Ja, genau. Aber, eine Ahnung. Oh, oh, oh. Minecraft, Wiki, Meta-Watze, Wachsen. Mal googeln, da hatte ich doch irgendwie so eine Animation. Da hat man gesehen, wie das aussieht, wenn die fertig ist. So ein paar Bilder raus, also da soll es irgendwo dabei sein. Denkt dran, wir werden gleich gekickt. Ja, die ist noch nicht fertig. Diese kleinen Dinger, die müssen ganz nach oben, dann ist es, dann sollte sie fertig sein. In der nächsten Folge wollen wir eh noch meinen, dann müssen wir irgendwie nochmal Dias finden. So, in einer Minute werden wir gekickt, aber ich habe alles Wichtige im Inventar. Ich habe auch alles soweit, dann farm ich so lange noch. Mach das. Also wir haben sechs Dias, das reicht aber voll und ganz für nochmal zwei Titans-Swerter. Aber mehr, boy. Also sagen wir, wir bekommen auf einen Titans-Swerter nur scharpenes Eins drauf, bräuchten wir zwei Schwerter, um einen von uns auf scharpenes Drei zu bringen. Und wir brauchen, um nochmal zwei Schwerter zu machen, wir brauchen ja für zwei Schwerter so normal acht Stück. Aber wir haben nur sechs Dias. Dann bräuchten wir noch zwei Dias und insgesamt acht Titan-Crystal. Und sechs oder so habe ich noch, also wir bräuchten auf jeden Fall noch zwei Dias. Und insgesamt acht Titan-Crystal, damit wir das machen können. Verstehst du, was ich meine? Weil dann hätten wir insgesamt 16 und das würde perfekt reichen für noch zwei Titans-Schwerter. Wie gesagt, weißt du, hast du Smoothstone? Ja. Gut, dann bau dich am Ende ein, weil wir werden jetzt tatsächlich gleich gekickt. So minimal kann ich mich einbauen. Ja, ich baue mich hier auch an der Seite so ein. Versteckt bin ich. Gut, bin runter. Ja, so semi-produktiv war es, wir sind full Titan, also das ist schon was. Und das heißt, nächste Folge werden wir uns fertig equipen und an die Oberfläche gehen. Genau, sobald die Nier-Tarwarze fertig ist, verbissen wir uns von da oben. Und dann werden wir unser erstes Opfer raussuchen. Und dann, ja, dann, das haben wir auch unter uns ausgemacht, ist Schluss mit der Langeweile, mit dem Farmen, dann gehen wir snipen, 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 dann wird gefickt. So, gut. Ansonsten, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet, dass Winniecraft jetzt aus dem Projekt raus ist. Ja, er ist ja raus. Also, weil ich nochmal sagen wollte, ich habe ihn rausgeworfen, weil ich Titan gewinnen will. So, und das werden wir jetzt auch mit allen weiteren Teams zu machen. Das funktioniert ganz einfach, Leute. Es wird so sein, wenn wir ein Team sehen, was auf uns zu rennen und besseres Equipment hat und wir eventuell verlieren, bannen wir die Anfahrt direkt. Dann haben sie Hacks. Dann haben sie Hacks. Alle haben Hacks. Alle, die gegen uns gewinnen, also, wenn wir trotzdem sterben, wenn wir das Team, was uns getötet hat, bannen, uns doppelte Leben wieder zurückgeben und noch besseres Equipment, damit das Ganze ein bisschen fair ist. Weil sie Hacks haben. Weil sie Hacks haben. Und Winniecraft hat auch Hacks. Böse. Ja, Winniecraft sowieso. X-Ray und so, ne? X-Ray, Wallhack, Hack, ESP, ähm, Aimbot. Ja, alles klar. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Wir meinen das schon sehr ernst. Nicht hacken.